Musik Ich bin zu Rimo gekommen, als ich etwa 8.30 Uhr war. Und zwar wollte ich einfach Trompete spielen. Und das hat sich so ergeben, dass ich hier anfangen durfte. Eigentlich stossen mein Bruder auf die Musik. Und ich fand es einfach cool, wie sie gespielt haben. Und ich dachte, das kann ich doch auch. Das hat immer versucht. Bereits seit 30 Jahren bildet die Jugendmusik Ostermuntag ein Kind und Jugendliche aus der Region musikalisch aus. Die IMO bietet zwei Besetzungen. Die Vorstufe für die Anfänger und das Score für die Fortgeschritteneren. Beide Gruppen üben je einmal pro Woche. Für mich ist es sicher Spass, miteinander gemeinsam Musik zu machen. Das ist etwas vom Schönsten. Für mich ist es eigentlich das Größte. Für mich ist es ziemlich cool, mit einer grossen Gruppe zu spielen. Das bedeutet mir sehr viel, wie IMO zu sein. Seit 20 Jahren geht die IMO jeden Herbst ins Musiklager, wo während einer Woche ein Konzertprogramm eingestudiert wird. Das Lager sind immer zwei Sachen. Einerseits ist der musikalische Aspekt, wo man natürlich ganz klar ein Ziel verfolgt. Und das andere ist nicht das Geselligen eigentlich. Und beides zusammen, das ist wichtig, dass man die Balance findet. Wir haben bastelt, gespielt, viel geübt. Wenn man es eine Woche sieht, schweißt es immer zusammen. Wir werden eine Einheit und es fängt. Es macht einfach Spass. Cool. Macht einfach Spass. Weizgerösten. Spannend. Das gemeinsam Musik zu machen, ist etwas vom Schönsten. Als ich jung war, habe ich immer zu den Grossen aufgeschaut. Das waren meine Vorbilder. Jetzt bin ich einer der Grossen. Jetzt schauen die Kleinen ein bisschen hoch zu mir. Das finde ich auch eine sehr gute menschliche Erfahrung. Das wäre nicht auch etwas für dich. Mit anderen Musik zu machen, coole Konzerte zu spielen, um miteinander viele spannende Momente zu erleben. Bei RIMO können alle Mitglieder werden, die Lust haben, ein Blechblasinstrument, ein Holzblasinstrument oder ein Perkussionsinstrument zu spielen. Und das unabhängig vom Alter. Abgesehen davon müssen wir älter als 23. Glaubst du jetzt? Heute, IMO, kommt mitspielen? Cool. Wir freuen uns auf deine Anmeldung. Kontaktinfos findest du auf www.imo.ch Bis bald.